Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo hier mit mir zusammen. Ich bin der Ding Spieters hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Trainingsstrecke und ich habe die Aufgabe oder die, ich habe mal wieder vor euch einen kleinen oder einen schönen Mod vorzustellen. Und zwar gibt es für die Baureihe 612, also den Dieseltriebwagen, den es ja mit der Strecke Aschaffenburg-Milchenberg-Mainteilbahn gab, der ja da mitgeliefert wurde, gibt es mittlerweile ein Enchantment-Pack. Und ja, ich wollte euch das heute mal ein wenig vorstellen. Down to load gibt es das Ganze auf der Seite www.train-sim-community.de. Dort findet ihr dann dieses Enchantment-Pack, wo ihr unter anderem diesen BR-612 in der wunderschönen IC-Lackierung haben könnt. Dann habt ihr hier einmal Bewegt-Lackierung. Wir könnten vielleicht noch gleich eine Runde fahren mit einem der Fahrzeuge, damit ihr auch den Sound hört. Der hat sich nämlich auch verändert. Dann haben wir hier den, wir fahren für Freistaat Thüringen, Bahnland, Bayern und so weiter und so fort. Dann haben wir hier, das sieht aus wie Hessen, würde ich jetzt fast sagen. Oder was ist das für ein Zeichen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, ihr seht das auf jeden Fall. Wenn ihr das downgeloadet habt, dann könnt ihr alles sehen, welche Packs dabei sind. Also das könnte, dann gibt es eine wunderschöne Liste. Hier haben wir auf jeden Fall dann noch Sachsen, die Sachsenbahn. Hier haben wir zweimal BW, also ich würde mal Bahnland Bayern. Zeit für dich. Hier haben wir dasselbe auch nochmal in dreckig. Also hier ist neu. Das sieht man ganz deutlich. Also hier ist das schön neu und gereinigt und sauber. Und hier das Ganze in dreckig. Also das sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Hier haben wir für NRW, DB Regio. Genau. Hier haben wir zwei Teile. Oder drei Teile sogar. Auch DB Regio. Genau. Wie gesagt, da gibt es noch allerhand mehr. Ich wollte jetzt nicht alle hier auf die Schiene bringen. Aber wie gesagt, diesen Mod gibt es seit kurzem auf der Seite www.train-sim-community.de kostenlos downgeloaden. Genau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein hübsches Foto von dem Ganzen hier. Und dann werden wir mal eine Runde mit einem der Züge fahren, würde ich sagen. Damit wir auch den Sound haben. Genau. Ja, ich würde sagen, los geht's. Wir können uns ja hier in diesem Reihen setzen. Steht hier gerade so schön. So, Tür-Sound finde ich schon mal sehr schön. So, steigen wir ein. Wir können ja mal kurz den Innenraum begutachten, ob der sich hier nicht verändert hat. Die Tür geht zu. Aber, das könnte ich selber beurteilen, ob sich da irgendwas getan hat. Aber, so, ich finde jetzt so, auf den ersten Blick erkenne ich da nichts. Dann können wir uns mal den Sound anhören, wenn wir losfahren. So, dann würde ich sagen, als allererstes müssen wir natürlich mal den Generalschlüssel hier, beziehungsweise brauchen wir ja nicht die Kuppungsschlüssel, aber den Richtungsfender nach vorne verlegen. So, den Netzschalter ein, GST machen wir mal ein. Bremsschlüssel müssen wir einstecken. So, Bremserbelastung braucht man nicht. Was haben wir hier noch? Türverriegung brauchen wir auch nicht. So, ähm, würde ich sagen, sind wir gleich abfahrbereit. Das hört sich doch ganz gut an, finde ich. Sie können selber entscheiden, wie der Sound klingt. Die Weichgeräusche, finde ich, haben sich dermaßen verändert. Wunderschön. 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 So, da findet das dann Ende. Aber, ihr habt jetzt gehört, wie das Ganze klingt. Wir können ja mal eine kurze Fahrt damit machen, Szenario, wenn ihr wollt. So sollte das eigentlich nicht enden, aber naja. So ist es halt geendet jetzt. Wir können ja mal ganz kurz... ...eine Fahrt mit dem Zug machen. Genau. Nehmen wir uns mal... Also, ihr seht hier die ganze Liste. Doppeltraktion, Einzeltraktion, Expansion. Können wir mal den Expansion-Pack nehmen und dann Rhein-Ruhr-Osten. Weil, bietet sich doch an, hier so eine 10-Minuten-Fahrt. Einfach mal, um zu gucken, wie das Ganze im Szenario ist. Machen wir das einfach mal. So, drive dir das S7-RRB-Service von Wuppertal-Oberbahn zum Wuppertaler Hauptbahnhof. Gut, dann machen wir das. Zack. Zack. Türen entriegeln, das tun wir. Müssen auf jeden Fall hier noch ein paar Dinge machen. Zack. So. Zug-Sicherungs-System auf jeden Fall. So. Was sind wir eigentlich? Abfahrbereit, würde ich sagen. So, wir sollen noch bis 9.38 Uhr warten. So, das tun wir. So, der fährt eigentlich bis von Mehlern. Ne, das ist der hier. Hier ist unser. Ich kann sagen. Wir haben Uppertal-Hopbahn auf. So, können wir den Türen verliegeln, dann tun wir das. Gut, dann haben wir Ausfahrt. Los geht's. Ach, wir haben den Nitzschalter nicht an. Deswegen. Wir können es befreien. Ach, seht mal. Ach, seht mal. RRX. Ach, wie schön. Doppeltraktion. Ach, geil. Ach, wunderschön. Da holen wir die Amsterbacke noch ein. Was meint ihr? Sie ist ganz schön flott unterwegs. Sie fährt mit Sicherheit auch ihre 100 kmh. So, jetzt überholen wir die Amsterbacke noch. Sehr, sehr schön. Aber wir haben die Amsterbacke doch noch überholt. Im letzten Moment einen Sprint gemacht. So, es ist nur 41, noch warten. So, es ist nur 41, nochました. Ah, wieder ein RLX. Ach, so schön. So, nächster Alt, Wuppertal-Unterbarmen, National Express, ach wie schön, wie wunderschön. So, it's only so weit back. Dann mit Twitchy. Also, wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe an Fahrzeugen, die ihr euch dann da aussuchen könnt, mit den verschiedensten Lackierungen, mit den verschiedensten Stickern. Der Link wird selbstverständlich in der Videobeschreibung gepackt, damit ihr dann auch das alles gut findet. So. 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 Wunderschön. So. Nächster Alt dann Wuppertal-Hauptbahnhof. So. 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 oder wie noch immer, der Zug fährt ab. Aaaaaahhhh, I.C. Ach, scheiße. Da achtet man einmal auf den Fernzug. Aaaaaah, scheinde. Schande, schande, schande. Aaaaaah. Na ja, passiert halt, wenn Außenaufnahmen macht, beziehungsweise sich draußen befindet. So, nächster Halb, wie gesagt Hauptbahnhof. So, hier werden wir wahrscheinlich quitieren müssen. Ja. Okay. Ja. 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 So, dann fahren wir in den Wuppertaler Hauptbahnhof ein, wunderbar. Gleis 5. So, wir öffnen rechts die Türen und dann war es das mit unserer Fahrt von Wuppertal-Oberbahn über Wuppertal-Uterbahn bis zum Wuppertaler Hauptbahnhof mit der BR 612 Enchantment-Pack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, wir haben 65 Punkte Geschwindigkeitsüberschreitungsabzug, das kann man wohl dafür knappen. Wir dürften Platin bekommen, wir bekommen einfach gar nichts, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich, weil das ein Mod-Zug ist, gehe ich jetzt mal von aus. Ihr seht das hier, ALBPHDBBR 612, das ist, wenn ihr das lest in eurer Auswahl, dann habt ihr auf jeden Fall den Mod komplett und richtig installiert. Ich werde euch auf jeden Fall den Link in die Videobeschreibung packen. Das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche. Euer Dedenki Spieter, Sortrei. Ciao, Servus und Tschüss.